hallo und herzlich willkommen mit einem weiteren beitrag bei mir auf dem kanal mit den modellmann produkten in der innengusse n von fleischmann und heute geht es um den einbau der innenbeleuchtung in die schnellzugwagen aber erst mal das produkt an sich und zwar es heißt schlicht und ergreifend innenbeleuchtung mit der produktnummer 94901 hat ein uvp von 2990 ja und es gibt da wohl so einige probleme die innenbeleuchtung in die aktuellen schnellzugwagen zu bekommen ganz kurz noch mal zurück und zwar so rum früher war alles besser nein früher war alles einfacher besser nicht wirklich denn diese wagen waren schon etwas merkwürdig aber damals war es so man nahm den wagen aus der verpackung öffnete ganz einfach so ja einfach das dach und schraubte dann die innenbeleuchtung einfach ein man schob unten die beiden abnehmer schob man einfach unter die achsen und die rastet man automatisch dann da ein wo die schraube ist und gut waren die kupplungen sind abgebrochen die sind abgezupft das sind die mit kinematik schon aber wo war ich jetzt genau und man brauchte bloß zwei schrauben lösen und auch wieder anziehen das war es und schon haben die neue wagen geleuchtet wenn man sie dann auf die schienen setzte das dach vergessen ja so war es eben damals und dann kamen neue konstruktionen da war es schon etwas anders und jetzt sind wir aktuell im jahr ja gut jetzt mittlerweile 2023 2022 kamen die neuen schnellzugwagen heraus und es ist nicht mehr ganz so simpel eben in diese wagen die innenbeleuchtung einzubauen zudem ja vielleicht man auch zugeben hat dass da ein kleiner konstruktionsfehler vorliegt die wagen habe ich ja nun schon zweimal durchgekaut aber das ist mir jetzt erst bewusst geworden auch deswegen habe ich mir jetzt auch die beleuchtung bestellt um mal zu schauen wie kompliziert das ganze wirklich nein und zwar wurde nämlich vergessen zwei bohrlöcher anzubringen zwei durchbrüche anzubringen und aber an den drehgestellen und diesen fehler hat fleischmann rocco beziehungsweise der kundenservice dann ja selber zugegeben und auch mitgeteilt das ganze ist nachzulesen auf spurweite minus n punkte de und da ist dann auch die mail abgebildet wo eben dieser fehler dann auch zugegeben wird und eben auch eine kleine auflistung mit dran hing an arbeitsschritten da tauchen allerdings so ganz so das zweite dritte bild ist dann schon sehr interessant bitte nicht nachmachen nein bitte nicht so halten und dann schrauben okay der herr der das foto aufgenommen hat war wahrscheinlich alleine im büro wusste nicht wie er dann dass so ein schraubkloben also halt so ein hand ding aber er wusste scheinbar nicht wie das ganze buch machen sollte kamera halten und das teil halten ich werde das nachher mal versuchen nachzustellen wie man das foto macht hätte machen können ohne dass so aussieht als wenn man sich nicht so im moment gleich in den finger bohrt also dass so was raus geht überhaupt veröffentlicht wird nee komme ich nicht nee wirklich nicht dann geht es noch weiter dass man dann den innenboden herausnehmen muss was passiert wenn man den innenboden heraus nimmt genau es fliegt einem nämlich dann die kupplung entgegen weil diese kleinen deichseln nur eingehängt sind im zweiten beitrag zu den schnellzug wagen hatte ich ja die kupplung des halbgepäck wagens wieder instand gesetzt und habe da so ein bisschen auf hingewiesen was man da worauf man achten sollte sollte man auch nicht machen ich werde es dann halt nachher auch versuchen ohne den boden zu entfernen dann halt eben auch dass das kabel durch den boden durchzuführen ja und dass die kupplung da wohl nicht mehr ganz drin ist das sieht man dann an einem anderen bild aus dieser fotoserie aus diesem pdf da tauchte mich dieses auf wo dann die kupplung sehr schräg sitzt was aber nicht geht wenn die kupplung nicht ausgehakt ist also wenn die noch nicht mehr die gleich noch in der feder hängen würde dann würde die kupplung gerade stehen und nicht so schräg wie eben auf dem bild zu sehen ist ja was ist denn überhaupt jetzt in der box drin dann fangen wir mal an auszupacken und die anderen sachen die werde ich nachher noch einblenden wenn ich dann am bauen bin so als erstes rutscht mir der beleuchtungsstreifen bzw die kleine platine entgegen da haben wir sehr viele kleine bauteile wir sehen hier die kleinen leds sitzen jedenfalls mit vorwiderstand und ganz groß die erkältung ist ganz vorbei haben wir noch einen 47 was ist hier mikrofahrt ja einen kondensator noch sitzen ja zu den weiteren bearbeitungsschritten bei der dazu komme ich da noch bei der platine so dann rutscht uns hier ein verbogener silberstreifen ein kupferstreifen ein kupferband selbstklebend entgegen kommen wir auch da noch zu ein zettel und eine einbauanleitung in eine kleine tüte so what's in the box nein what's in the bag da haben wir zwei kleine kabel die sind angelötet an solche kleinen bolzen da hängen die mit dran und dann noch zwei schleifer hier operating betriebsanleitung betriebsanleitung da gucke ich mal kurz rein nur text will ich nicht ich will was mit bildern dafür bezahlt für das ding bilder sehen led innenbeleuchtung in für oder in ganz einfach da hat man gemacht so so dann kommen wir mal zu diesen streifen diese beiden streifen sind für die indirekte beleuchtung man kann den wagen direkt das heißt dass die leds nach unten strahlen beleuchten oder eben die leds nach oben strahlen lassen so hätte man dann mehr so eine punkt beleuchtung würde man dann an dem fenster auch sehen wo halt jeweils dann auch die leuchten sitzen weil das licht halt dann stärker hervortritt oder verteilt wird das sind zwei streifen die man unter das wagen dach dann klebt ja gut wenn man das dach ab baut bei dem wagen das bringt ja nicht viel weil gucken wir uns einmal an das kupfernefarbene ist für die ja damit es etwas wärmer wirkt also das licht wie bei einer glühlampe und das sollte man einsetzen wenn man gerne näher und licht bevorzugt also kühles licht das schreitern halt ungefiltert und hier wird so ein bisschen gebrochen halt durch die ja kopfdächtchen kupferfarb drohen ich werde wahrscheinlich das kupferband verbauen weil ich halt in den reisezugwagen dann ganz gerne wie in silberlingen dann etwas wärmeres licht halt haben möchte die schleifer die hierbei sind müssen abgeklipst werden die müssen gekürzt werden die sind also angepasst an verschiedene radstände und man kann auch die platine kürzen 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 natürlich und zwar mit dem silberstreifen hier und zwar kann man hier schneiden kann man da abschneiden immer da wird diese befestigungslöcher quasi durchbrüche eingefügt sind hier abschneiden da abschneiden die abschnitte kann man dann wohl noch weiter verwenden die leds haben jeweils einen antwort widerstand man kann die also noch an aber die einbauen hat natürlich dann nicht mehr diesen anti flacker effekt den der kondensator halt hervorruft der speichert ja die energie und gibt sie dann halt gleichmäßig ab also nimmt auf wenn welche fehlt dann wird das halt ausgeglichen durch den kondensator dafür ist dieses fette blaue teil da diese kleine dose die da eben oben drauf sitzt ja das wäre es glaube ich dann erstmal dazu rest sehen wir dann wenn wir den wagen auspacken ich gehe jetzt über einen bautisch und dann bis gleich so ich war dann schon mal so frei den wagen aus der verpackung zu holen das dürfte jetzt nicht das problem sein schritt eins war ja dann erst mal das lösen der drehgestelle das geht ganz einfach einfach nur abzupfen den wagenkasten die erst mal die seite die machen wir nachher auf ja dann hat mir das schöne foto mit dem bohren ich habe jetzt hier zwar schon meinen proxon liegen mit dem ich das ganze machen möchte und wenn ich jetzt die finger so hin halte und so dann bohre das würde glaube ich wehtun und deswegen so ein foto rauszuschicken naja ich finde es ein bisschen fraglich man hätte zum beispiel so aufnehmen können einen bohrer reinstecken dann das ganze fotografieren ich mache das eben mal so kamera raus schnelle sache kurz mal einstellen auf nah so und das ganze dann schnipp und ja man sieht also nichts ja ich blende das foto gleich noch mal ein man sieht also es würde gehen man würde also den bohrer ich hätte es muss nicht sehen bzw das gerät was dahinter steckt und die hände wären frei könnte man sich natürlich jetzt noch was unterlegen stück pappe oder sowas damit man sich in seinen tisch bohrt oder in seiner arbeitsfläche aber so hätte man das foto auch ausschicken können wenn man jetzt keinen hat der das foto für einen macht und man keine dritte hand eben zur verfügung hat ja ich habe eben schon mal den zwei millimeter bohrer eingesteckt ich finde den zum vorbohren etwas zu groß ne der klemmt sich also wirklich hier schön fest und da hätte ich jetzt wirklich die befürchtung dass ich dann am diese beiden zapfen dann auch beschädige die zu dünn bohre deswegen bohre ich erstmal mit einem 1,5 war vor die auf ganz langsam so langsam wie es geht mit dem gerät und jetzt seht ihr wahrscheinlich nichts weil ich jetzt meine hände davor habe aber anders kann ich es leider nicht machen mit ganz wenig druck einmal und zweimal jetzt habe ich schon mal meine 1,5 war löcher da hinein gebohrt mittendrin ist jetzt 1 jetzt kann ich entweder mit dem mit der proxen noch mal hinterher gehen oder eben manuell dann das loch vergrößern jetzt kann ich hier entweder mit dem bohrer ganz vorsichtig drehen ich war so Entschuldigung ich war wieder aus dem fokus aber extra mein schwarzes quadrat da hingeklebt damit ich weiß wo ich ungefähr sein muss und dreh von hand manuell den bohrer dann dadurch und weiter das loch eben auf so nicht zu weit denn ich will ja nicht an die zapfen noch großartig dran kommen kurz ausgepustet und das ganze sieht gut aus nun das kann man da denke ich mal so lassen einmal und beim anderen natürlich auch da gehe ich also nicht durch den zapfen durch sondern von unten mal kurz auf die kamera gucken und weite das ganz vorsichtig manuell dann auf jetzt bin ich durch wieder ein bisschen hin und her da müsste ich gleich der grad so ein bisschen mal schauen abhusten und doch das sieht gut aus da ist der zapfen da oben drauf und dann schauen wir jetzt durch den zapfen durch auf den schreibtisch durch das dritte loch was er jetzt gebohrt ist wunderbar ich setze eben noch mal die drehgestelle ein nichts passiert hält noch genauso wie vorher nummer eins und auch nummero zwei wunderbar dann die dinger wieder ab wo sind vom tisch gefegt und dann öffnen wir jetzt den wagenkasten das hatte ich ja nun auch schon mal gezeigt das gehört hier aber mit dazu deswegen weiß nochmal ob ich auch meine papp streifen wieder liegen drücke mit dem daumen nicht mit dem daumen nagel ich nicht dazwischen um die lack nicht zu beschädigen oder hier um etwas abzubrechen da sind ja diese ganz kleinen ösen mit am wagenboden dran beziehungsweise doch die sitzen am wagenboden drücke leicht den korpus mit dem daumen zur seite und schiebe dann da einen papp streifen rein damit eben die rastnasen dann frei liegen so hier schon ein bisschen ausgeknibbelt von der pappe mein guter pizzakarton immer noch der gleiche ich bin da sehr nachhaltig überhaupt beim modellbau muss ich sagen bin ich auf nachhaltigkeit geimpft ich benutze zum beispiel auch ungerne styrodur obwohl es sich muss ich schon sagen sehr geil was mit machen lässt im anlagenbau im dioramenbau aber der schleifstaub das ist mir auch wie mittlerweile doch zuwider erst mal macht es eine riesensauerei denn immer saugen ist auch doof und deswegen jetzt fasse ich hier unten in der mitte an nehme ich da lieber gehe ich lieber auf spannenden bauweise und kann jetzt den wagenkasten lösen so zack ok dann lösen wir die scheibe die stört auch die wollen wir ja nicht beschädigen kurz mal die fettfinger ein bisschen reinigen an der hose das ding rausgezogen deswegen ist auch ganz gut dass es nicht eingeklebt ist jetzt haben wir das ganze so schon mal und hinter den sitzen da müssen sich jetzt eigentlich dann die durchbrüche befinden ne tun sie aber nicht ja wo sind jetzt da die durchbrüche das sind die wahrscheinlich muss man jetzt wirklich den boden abnehmen dann werde ich das machen müssen denn ich sehe jetzt hier keine öffnung und wenn ich da jetzt durchgehe würde ich genau in der sitzfläche herauskommen nun gut dann soll es eben so sein dass uns nachher die kleinen federdrähte um die ohren fliegen wunderbare service eigenschaften des wagens also nicht wirklich dann heißt es jetzt diese kleinen kurz mit der pinzette mal zeigen diese kleinen rastnasen die müssen jetzt zur seite gebogen werden etwas leicht gespreizt werden ohne dass uns dann der wagenkasten um die ohren fliegt beziehungsweise uns gleich die federn entgegenspringen oder diese rastnasen abbrechen passt lieber an der anderen seite wo die sitze nicht sitzen ja klingt blöd ist aber so und hake hier mit dem fingernagel etwas unter dazwischen und ziehe dann den boden ein wenig hoch und hoffe mal dass die dann nicht gleich wieder einrasten sollen nächste ist lose jetzt gegenlagere nämlich die sitze so zack wieder eine lose und ja ich mache solche videos immer ganz gerne nahezu in echtzeit damit eben der zuschauer auch sehen kann lohnt es sich habe ich da bock drauf so vorsichtig zu sein um eben diese wagen auseinander zu bauen reicht noch nicht man muss also wirklich beide seiten losklippen und hier ist die kupplung schon wieder lose da hat sich dann schon wieder verabschiedet das ganze und da ist man wie schon wieder auf der anderen seite eingerastet es ist keine freude das kann ich euch sagen zudem bei dem wagen gibt es noch ein anderes problem mit den sitzen weswegen es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht ist wenn der wagen nicht beleuchtet wird zumindest in diesem zustand wie ich ihn jetzt hier vorliegen habe da scheint noch die erste fertigungsscharge zu sein obwohl bei einmal serien wann kommt serie 2 es gibt nur eine serie eigentlich und es gibt ja nur wenig firmen die dann eben die fahrzeuge bei einem längeren zeitraum zur oder auf lage halten zur verfügung stellen meistens alles nur so gesehen eintags fliegen man muss sie sofort wenn sie erscheinen kaufen ansonsten ja zahlt man entweder zweitmarkspreise oder man bekommt sie gar nicht das hatte ich ja in der vergangenheit auch schon des öfteren ja da poltert mir schon wieder die kupplung entgegen ich hoffe mal nicht dass der draht sich schon wieder verabschiedet hat dass ich gleich erstmal wieder suchen darf hier die andere ist auch lose so ich habe den innenbereich jetzt gelöst den innenboden wie man sehen kann habe ich hier jetzt meinen unterboden liegen und an den stellen sieht man jetzt da und auf der anderen Seite auch dann die kleine metallfeder die da drin liegt zum glück jetzt etwas besser gelagert als es damals zu Fleischmannzeiten war jetzt vorsichtig umdrehen dass die dinge nicht raus purzeln und jetzt weiß ich noch nicht mehr welches drehgestell wohin kam das ist auch toll sahen die unterschiedlich aus ich weiß es nicht ich baue jetzt einfach mal ein so na wenn es denn so einfach gehen würde seitlich so einmal zweimal ich wette jetzt habe ich wieder irgendwo einen Fehler reingebaut dass irgendein aggregat wo da sitzt wo es nicht sitzen soll aber na gut so dann laut Anleitung soll man ja diese Dinger hier einbauen so rum ja da sind jetzt aber die beiden Gewichte im Wege davon stand da nichts im Vertrag das heißt ich muss erst mal auch diese Gewichtsplatten die hier drin liegen lösen die sind eingeklebt so die sind auf der einen Seite wie man sehen kann mit doppelseitigem ups da doppelseitigem Klebeband leicht fixiert das heißt die müssen erst mal herausgenommen werden so und dann sehe ich da irgendwelche Rückstände vom Papier warum auch immer so die dritte Stelle schlackern da fröhlich umher jetzt stecke ich hier meinen etwas umständlich mit der Kamera muss ich schon sagen so von oben durch den Boden durch das Drehgestell den Bolzen so da ist er drin da unten schaut er jetzt raus da kann man hier etwas sehen und muss da jetzt meine Bleche unter den Achsen durchfädeln dass sie dann da liegen ich gehe da darunter durch ich verliere und mache es auf diesem Weg ah ja das ist auch schön so jetzt muss das ganze Ding da noch hingeschoben werden dann kann ich jetzt vielleicht mal ein Draht nehmen um das Ding nach oben zu ziehen und auf der anderen Seite da genau das gleiche zack so ich muss ein bisschen Spannung geben und man sieht es rotiert hier wie ein Lämmerschwanz und komme ich da rein na schön ist was anderes da muss ich jetzt irgendwie dazwischen kommen um die Dinger dann abzuknipsen ja und der ist fast schon ein bisschen zu kurz geworden ja mal vorhaben das ganze in echt Zeit zu machen das ist nun komplett passé deswegen geht es jetzt einfach mal so weiter die Bolzen sind drin auf beiden Seiten jetzt mal aufpassen wegen der Kupplung Angst und die Platten sind jetzt reingeschoben wie man sehen kann ich habe danach nachdem ich jetzt die Schleifer wieder eingesetzt habe die kleinen Bolzen noch einmal wieder ein Stück zurückgedrückt weil die Dinger sonst immer wieder rausgerutscht wären um die dann wirklich auf beiden Seiten gut zu verankern festzumachen festzudrücken wie auch immer man es nennen mag aber die Drehstelle laufen jetzt immer noch sehr leicht wie man sehen kann so der nächste Schritt wäre ja dann die beiden Kabel durch den Boden zu fädeln jetzt sind ja hier am Innenboden kleine da kann man es vielleicht sehen kleine Rastnasen zu sehen und hier haben wir dann die Gegenstücke auf dem Unterboden da muss man natürlich jetzt schauen wie rum gehört das ganze drauf das ist so rum richtig jetzt muss das Kabel was hier rum oxidiert durch diese die da die mittleren das ist jetzt hier nix die da nicht die mittig liegenden da muss das Kabel durchgeführt werden das kommt dann unterm Sitz raus läuft unter oder ich hoffe mal es wird dann unter dem Sitz durchgedrückt und erscheint dann an dieser Stelle das heißt die Kabel kommen so gesehen in den WC Bereichen hervor und laufen dann hier in der Wand da ist ein kleiner Schlitz drin da an der Stelle da laufen dann die Kabel hoch so das muss jetzt auch wieder klappen und ich muss dann nebenbei auch noch die Kupplung einbauen es ist wunderbar es ist also ich weiß nicht vielleicht werden die Wagen deswegen nur ganz kurz für sie angeboten damit nicht so viel verkauft werden ich weiß nicht aber es geht gut doch da kommt das Kabel schon raus und ich kann es dann mit der Däpping-Sette halt schnappen und durchfädeln so, da habe ich schon mal das eine und das Ganze auf der anderen Seite eben auch nochmal durch hoffentlich sieht man es durch das mittlere Loch leicht schräg weil in die Richtung wollen wir schon mal ein bisschen andeuten und hier läuft es jetzt nicht ganz so schön weil hier die Litze ein bisschen schon auseinander gezogen auseinander gedrückt ist die ist mich nicht verlötet die ist einfach nur ja, eine Litze halt kein Draht weil ein Draht besteht ja aus einem aus einer Litze und eine Litze sind halt dann ganz viele kleine Drähte so, nochmal so nebenbei ich weiß sonst nicht was ich erzählen soll so, jetzt das Kabel hier durch vorstelle ich, dass man das Ganze dann nicht abreißt und ja da jetzt irgendwie einfädeln ja, ich würde einfach mal sagen ich mache jetzt erstmal den Boden in der Mitte fest am mittleren Einrastpunkt auf beiden Seiten hoffentlich habe ich jetzt auch den richtigen ja bestell oh, da muss das Ganze doch wieder umgedreht werden ach, das ist doch nicht schön ganz kurz hier da ist der da ist der ne, passt ich muss mal gucken wo ist denn die die Rast Nase Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen wackele da ist die Rast Nase so, dann nehme ich den da aber ich habe was vergessen Mensch das kann passieren ja, ich habe wahrscheinlich gesagt oh nein jetzt hat er die Gewichte vergessen ja genau die habe ich vergessen einzulegen ich wollte nochmal zeigen was er alles für Fehler machen kann so, also kam er nochmal kurz zurück und die beiden Platten wieder eingeklebt müssen wir nochmal nochmal auf die Kamera gucken dass ich auch im Bilde bin so Gewicht 1 den Boden da zur Seite klappen und Gewicht 2 die dürfen jetzt aber nicht zu sehr nach außen gedrückt werden also nicht anliegen am Langträger da nämlich der Unterboden der hat eine Aus hier so eine kleine Kante die muss da eben in diese Nut dann in diese Zwischennut reinfassen das heißt also die Gewichte ich muss da eben ganz kurz mal ein bisschen so ah die haben da okay die haben da kleine Punkte sehe ich jetzt gerade so da ich dann gestern etwas entnervt aufgegeben habe beziehungsweise das ganze habe erstmal ruhen lassen geht es heute ja wie sagt man so schön frisch fromm fröhlich frei weiter mit den Wagen gut gelaunt geht es jetzt wieder weiter ans Werk gestrige Stand war ja dann oder vor ein paar Minuten für euch das das Einkleben der beiden Gewichtsstreifen und jetzt geht es darum eben den Innenboden wieder auf den Rahmen zu bekommen jetzt zupfele ich mir hier erst nochmal die ganz vorsichtig meine Kabel durch die Kabeldurchführungen ich lege den Wagen mal hin und ziehe ganz vorsichtig am Kabel beziehungsweise halte das fest und drücke den Boden nach unten so und ja da ist halt nicht viel Platz so dann ging es ja darum das Ganze erstmal in der Mitte zu fixieren da jetzt erstmal die Rastnasen finden da müssen sie jetzt eigentlich sein so erstmal in der Mitte die Rastnase da eingeklickt und mit der mache ich das jetzt genauso jetzt liegt es momentan noch über der kleinen Schlaufe und Klick ist soweit drinnen ja das sieht natürlich jetzt ein bisschen merkwürdig aus da steht der Innenboden jetzt ein bisschen hoch ich muss jetzt erstmal wieder meine Kupplung einfädeln meine Kupplungsdeichsel die stecke ich mir jetzt da unter durch drücke sie dann da hoch das Ganze jetzt aus einer gewissen Entfernung ist auch nicht so schön das wäre jetzt schöner wenn ich jetzt die Drehgeschelle abnehmen könnte geht aber nicht wegen der Kabel also es ist Fleischmann was habt ihr da gemacht das da jetzt irgendwie wieder hinzubekommen also man müsste jetzt ich erkläre es mal so erstmal trocken man muss jetzt äh ich zeige es mal am anderen so an den Deichseln da ist oben so ein kleiner Zapfen dran da da oben ich hoffe mein Mann sieht es so dieser kleine Zapfen muss hinter den Draht fassen der hier drin liegt den ich ja vorhin auch schon mal gezeigt habe das ganze müsste man jetzt quasi so reinlegen dazwischen kommen das ganze ein bisschen weiter nach hinten schieben also zur Wagen Mitte schieben aber das sieht so gefährlich aus so nee hinter den Draht fassen ohne dass er raus springt das Ganze nach vorne ziehen und gleichzeitig da wo jetzt mein dicker Finger dazwischen ist da gar nicht so dick ist eigentlich da muss jetzt der Wagenboden hin aber das ist ein Problem weil mir die Deichsel immer wieder hochrutscht ich werde das Ganze jetzt noch mal ohne Kamera machen und dann sehen wir uns wieder wenn der Boden dann eben drauf liegt so ich muss dazu sagen ich beherrsche autogenes Training ich kann mich in gewissen Situationen in stressigen Situationen immer ganz gut wieder runterbringen ja das Ding hier fliegt bei mir fast an die Wand gebe ich zu durch das zusammenbauen ja schon wieder lose ich habe laufend ich bin jetzt seit 20 Minuten dabei und versuche diese eine Seite in den Griff zu bekommen und es ist einfach nicht möglich sobald man die den Boden in die Rastnasen einsetzt entsteht natürlich eine kleine Erschütterung so ein ganz kleines dieses so ein ganz leichtes Vibrieren und das reicht aus um die Deichsel wieder aus der Kupplung hinten aus der Feder herauszuheben ich muss auch versuchen jetzt ruhig zu sprechen nicht zu schnell zu sprechen die Mitte zu finden durchzuatmen aber was sie sich hier für einen Müll erlaubt haben mit dem Einbau der Innenbeleuchtung ist unter aller Sau mittlerweile ist es so dass ich hier selbst der eine Sitz dann schon gelöst hat obwohl es vielleicht gar nicht so verkehrt dann kann ich nämlich jetzt diese ganze Reihe werde ich jetzt mal ausbauen und neu bemalen kommen wir erstmal dazu was hier noch für einen Fehler bei der Innenbeleuchtung bei der Innenanrichtung vorliegt es ist ein Teil was in blau gefertigt wurde also die Sitze sind ja einzeln dann draufgesetzt beziehungsweise diese Sitzreihen so ein Element was dann auf den Boden geklickt wird und man sieht hier große Abstände da und auf der anderen Seite sieht man kleine Abstände das heißt die kleinen Abstände sind engere Abteile das heißt die zweite Klasse und die großen Abstände sind bei der ersten Klasse nun ist es aber so dass bei den Schnellzug Wagen die zweite Klasse in rote Sitze hatte und die erste Klasse blaue so wie es eben auch bei dem ABÜM oder ABÜM Wagen ist der hat ja durchgehend dann die blauen Sitze drin und die BÜMs die haben die roten Sitze drin das geht auch konform wenn man jetzt den Wagenkasten nimmt mit den Lüftern die ja direkt über den Sitzen über die Abteilen sitzen und ich würde jetzt das Ganze zusammenbauen dann wäre das schon passend jetzt muss ich mal gucken wie ich das Ganze hier halte wie so Entschuldigung das war das Kamerastativ das also immer da wo der auch der erste Klasse Streifen dann logischerweise sitzt dass da dann die Sitze sind mit dem großen Abstand und sobald die zweite Klasse anfängt haben wir den kleinen Abstand und da sieht man schon ein Abteil von der zweiten Klasse stimmt die anderen sind im Blau entweder falsche Auswahl des Materials beim Spritzguss oder eben die Lackiermaske die dann halt drüber gestülpt wird damit halt die blauen Sitze dann nicht mitlackiert werden oder der Bereich wo blaue Sitze sein sollen nur hätten das dann diese fünf Sitzpaare sein müssen und nicht diese Sitzpaare eins, zwei nein sieht man es ja eins, zwei, drei, vier, fünf und ich denke mal bevor ich jetzt die Innenbeleuchtung ich habe mich zuerst überlegt ich baue die Innenbeleuchtung ein mache das Video fertig und mache dann nochmal einen extra Beitrag wo ich dann alles wieder auseinanderbaue bei dieser Kacke die jetzt gerade passiert werde ich jetzt erstmal die Sitze ausbauen die Sitzreihen ausbauen werde die richtig lackieren denn gerade wenn der Wagen beleuchtet ist wird man das Ganze auch sehen und ich denke mal wenn ich hier durch bin dann sind schon wieder zwei Monate vergangen bis ich dazu dann mal komme das Ganze fertig zu machen gerade wegen den Deichseln und auch dann wahrscheinlich die Federn wieder zu suchen weil in dem Zeitraum werden die wahrscheinlich irgendwo liegen und günstig im Nachkauf sind die auch nicht gut wir sehen uns dann wieder mit der fertig lackierten Sitzreihe nein werden wir nicht ja soviel jetzt schon mal dazu ich werde die nachträglich wieder einbauen ich habe sie ja wie man sehen kann ausgebaut allerdings in zwei Teilen ich hoffe mal dass es scharf zieht so da ist nämlich dann einer von den Stegen weggebrochen ich habe wirklich vorsichtig versucht dann hier sind ja die an oder die Rastnasen eben für die für die Sitze die wirklich ganz vorsichtig zur Seite zu schieben und die Sitze rauszuhebeln durch die Trennwände wo die Sitze wiederum drauf sitzen kann man die auch schlecht schieben die sitzen hier wirklich dann gut fest gut die Trennwand hier die habe ich auch fast auch schon ein bisschen verbogen vom Mittelgang vom Seitengang ja es ist keine Freude auf jeden Fall an diesen Wagen irgendwas zu machen deswegen die Sitzreihen werde ich dann später versuchen einzusetzen also die dann später wieder drauf zu setzen und hoffen dass es hier dann auch klappt mit dem Einrasten wenn ich die dann lackiert habe dazu muss man dann hoffentlich nur den Wagenkasten abnehmen und dann die Sitze aufstülpen gut werde ich dann sehen gibt es ja einen neuen Beitrag ist ja auch schön eine andere Sache die mir auffiel vorhin auch beim Zusammenbau dass diese Punkte wo das Kabel durchgeführt wird doch sehr eng sind da wenig Spiel ist und ich werde jetzt versuchen dieses Loch diesen Durchbruch aufzuweiten mit einem 2 mm erstmal gehe ich auf 1,5 mm dann nochmal manuell auf 2 mm aufzuweiten und das Ganze auch Richtung Klo noch etwas hin zu feilen damit das Kabel mehr hier raus kommt ich ein bisschen mehr Flexibilität habe wenn ich das Kabel dann eben durchziehe denn dadurch das Kabel so stark ist und hier so ein bisschen schleift an dem an dem Durchbruch lässt sich eben auch die Kupplung nicht so leicht einbauen und ich werde mal versuchen auch die Kupplungsdeichsel einzubauen ohne die ohne die Kupplung selber das heißt ich habe es jetzt gerade versucht damit ich sie noch besser halten konnte habe ich die normale Kupplung drangelassen ich werde die dann lösen so rausklippen und die Deichsel versuchen so einzubauen ohne Kupplung und die dann später wieder ansetzen kann natürlich passieren dass beim Ansetzen dann auch wieder die Feder raushüpft kennt man ja auch so zumindest jemand der schon mal Kupplung gewechselt hat dann von der normalen Kupplung dann eben auf eine Klipskupplung Stangenkupplung oder also Starkkupplung oder auf die Profikupplung kann immer passieren wie gesagt dass beim Umstecken dann die Feder rausspringt ja gut ich werde das mal aufweiten und dann sehen wir uns auch gleich wieder beim Einbau der Deichseln kann ich nur empfehlen die Kupplung wirklich abzuzupfen das geht dann einfach ist es dennoch nicht aber es ist zumindest etwas besser zu handeln als wenn hinten noch die Kupplung dran hängt ich hatte mir nur gedacht dass ich die dann besser halten kann besser da hinten einführen kann festhalten kann fixieren kann aber es ging so besser mit abgezupfter Kupplung und die sind jetzt auch beide wieder drin und haben auch ihre Funktionen wieder jetzt geht es darum die Innenbeleuchtung einzubauen wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Spiel die Drehgestelle bewegen sich auch es ist auch darauf geachtet worden falls sich jemand fragt wegen welcher vorhin meinte hoffentlich habe ich die richtig eingebaut die Radisolation passen das sind hier diese schwarzen ich weiß nicht ob man sehen kann die eine Seite da sind so schwarze Kunststoffhülsen drin das heißt die müssen einmal auf der Seite sein und einmal dann auf der gegenüberliegenden Seite beim anderen Drehgestell ansonsten gibt es einen Kurzschluss und nichts funktioniert ist nicht schön kann auch zu etwas ernsteren Schäden führen so jetzt haben wir den Beleuchtungsschreifen der kann hier jetzt eingesetzt werden hier ist eine kleine Aussparung so eine kleine Vertiefung in der einen Trennwand weil der Kondensator unten etwas aus der Platine raushängt also muss der dann da schon mal hin andere Seite geht gar nicht und hier oben auf der Trennwand da sind so zwei kleine Zapfen drauf da denke ich mal da soll dann das Loch von der Platine halt drin halten aber es schlackert dennoch hin und her so kommt mal ins Bild schlackert dennoch hin und her auf der anderen Seite haben wir ja die langen Löcher und da ist hier eine Erhöhung und hier auch die muss allerdings weg weil genau an der Stelle nämlich dann die der Vorwiderstand und die Leuchttiode sitzen oder man muss die abschneiden möchte ich aber nicht ich möchte ganz gerne meine WCs auch beleuchten damit man sich eben nicht auf die Füße pullert das wäre ja nicht schön wenn man sich neben die Schüssel setzt nee in den alten D-Zugwagen wirklich kein Geschenk auch in den neuen möchte ich es nicht unbedingt machen und da werde ich mal schauen ob ich das jetzt hier vor der Kamera halt hinbekomme da brauche ich erstmal eine ja hier also mein Schnüppler kann sein dass ich gleich mal ein bisschen Schatten werfe beziehungsweise zu nah an die Kamera komme bin ich noch im Fokus nee da oben muss ich hin die haben sie weiter weg ja ich kann jetzt nicht auf die Kamera gucken ob ich im Bild bin einmal weggeschnippelt ja das geht doch recht einfach dann sind jetzt schon mal diese beiden Zapfen weg und ich kann da dann die Innenbeleuchtung hier vorne einlegen das Kabel liegt da hinten unter so und hier auch sie liegt aber nicht fest sie liegt jetzt nur auf und wird nach links und rechts fixiert aber eine richtige Fixierung ist das nicht es steht dabei man sollte die dann einkleben finde ich super weil wenn die eingeklebt ist die Kabel an der Platine angelötet sind wenn sich mal die Kupplung aushakt kommt man nicht mehr dran beziehungsweise muss man dann die Kabel erst wieder ablöten naja gut muss man sowieso ablöten also einkleben kann man machen werde ich ich werde es mal versuchen mit dem Nochkleber oder ich werde es gleich mal richtig ankleben und dann geht es darum die Kabel zu kürzen so und dann müssen wir ganz kurz nochmal in die Anleitung dann nochmal schauen um eben die richtigen Anschlüsse zu erwischen wo ich die dann dran löten werde bevor es jetzt an die Platine geht beziehungsweise das Anlöten der beiden Kabel die jetzt noch rumschlackern will ich noch ein paar Worte zur Inneneinrichtung verlieren man kann sehen ich habe die jetzt umgestaltet ja ich habe es dann doch gemacht weil wenn die Platine erstmal oben drauf sitzt der Beleuchtungsstreifen dann komme ich ja nicht mehr an die Sitze ran das heißt die später noch einzubauen das ist Blödsinn also habe ich jetzt erstmal die Sitze umbemalt man kann sehen da wo die breiten Abstände sind da sind die Sitze jetzt blau wie es im Original auch sein soll oder wie es hätte sein sollen vom Hersteller her und wo die kleinen Abstände zwischen den Sitzpaaren sind da sind die Sitze jetzt rot und vorher war es ja so dass diese hier bis hierhin rot waren das hier war rot das war das einzige was passte und 1 2 3 4 5 diese hier die waren eben in blau was man noch sehen kann ich habe dann noch die Inneneinrichtung beziehungsweise den Boden noch ein wenig farblich gestaltet im Toilettenbereich ich habe jetzt da nicht so sauber gearbeitet man kann da in die Toilette eh nicht reinschauen wegen der weißen Fenster aber ich habe hier den Boden dunkelgrau gemacht nach Vorbildfoto wirkte es so dass es dunkelgrauer Boden ist die Wände habe ich weiß bemalt und auch den Gang halt in grau ja mit grau überzogen die Wände habe ich so gelassen außer im erste Klasse Bereich habe ich hier noch die Türen braun gemacht obwohl die Sätze gar nicht machen brauchen da die Abtei Wände auch in hellbraun sind und die Dinger die kleinen Felder zu bemalen das habe ich mal nicht gemacht wie man sehen kann die Tür habe ich auch noch mal bemalt das hätte ich sein lassen können aber innen habe ich die Wände auch noch mal dunkel abgesetzt denn ich wo die Wände im ersten Klasse Abteil auch die Trennwände auch dunkel waren wie es eben auch im AÜM Wagen war also im ersten Klasse Wagen war etwas dunkler als jetzt beim Fleischmann Wagen aber ich denke mal den Unterschied sieht man nachher eh nicht so doll dazu ist mein AÜM nachher eh nicht beleuchtet sondern das ist ja bloß ein Testobjekt wie das ganze denn von statten geht ja dann noch mal zur platine selber so wie rum halte ich sie jetzt halte ich mal so rum das sind ja die bereiche diese langen löcher wo die platine auch gekürzt werden kann laut Anleitung aber wir drehen das ganze erstmal um und schauen uns mal die Unterseite an da ist hier ein Punkt ein kleines Feld was man sehen kann da steht ein R dran und auf der anderen seite steht ein L das sind die Hauptanschlüsse für die beiden Kabel rechts und links R und L steht dafür rechte schiene linke schiene ist so gesehen egal wenn es nachher nicht passt dann kann man immer die Radsätze umtauschen wenn die rechte schiene jetzt die linke schiene ist also das eine Kabel muss hier angelötet werden das andere Kabel muss aber es kann auch das linke ist gleichzeitig das Feld was hier auch an dem runden Durchbruch ist auch hier könnte das Kabel angelötet werden und das rechte Kabel kann an diesem Bereich irgendwo angelötet werden an dem Bereich und an dem Bereich rund um die langen Löcher dann sieht man hier nochmal zwei Punkte wo etwas angelötet werden kann das ist für die Schluss Beleuchtung wenn man eine einbauen möchte und hier vorne haben wir noch mal ein R das heißt wenn die Platine soweit gekürzt ist hier abgeschnitten wird kann das rechte Kabel auch hier angelötet werden an dem Punkt haben wir auf der Seite für links oder eben am Rundloch oder dort und hier eben das Schlusslicht auf der anderen Seite sind noch ein paar mehr Lötpunkte zu sehen hier aber es könnte zum Beispiel auch hier angelötet werden das Kabel und das rechte Kabel rechts eben auch obendrauf in den Langloch Bereichen hier sind noch mal zwei Punkte die sind auch für das Schlusslicht 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 je nachdem wie kurz dann die Platine geschnitten wird eben beim Einbau in kurze Wagen dann sind hier vor noch zwei Punkte wo etwas angelötet werden kann und zwar der zweite Kondensator wenn man möchte dass der Zug wenn er in einem Block Abschnitt steht also in einem stromlosen Abschnitt anhält Block Abschnitt oder vor einem Signal muss ja nicht Block Abschnitt sein manche teilen ja auch ihre Anlagen nicht in Blöcke auf vor Signalen wenn der Zug dann stehen bleibt dass halt dann die Wagen weiter beleuchtet werden oder im Bahnungsbereich beispielsweise dann kann man hier noch einen zweiten Kondensator anlöten der das ganze beheben soll dass die Züge dann oder die Wagen immer noch weiter leuchten wenn der Wagen auch der Zug auch mal anhält wie lange das ganze dauert geht das kann ich jetzt aber nicht sagen und kommen wir nochmal auf dieses Bauteil zu sprechen das ist ein kleiner Potentiometer ein 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 Widerstand hier kann man dann Meter vergesse zu erwähnen sage ich jetzt gleich dann haben wir die Platine jetzt durch ich werde jetzt die Kabel kürzen und eben laut Anleitung an der Platine dann da und da anlöten was man noch ganz kurz sehen kann die Kabel habe ich auch noch weiß gefärbt in dem anderen Bericht den ich gemacht habe über die wie man früher die Beleuchtung angebaut hat hat hier gesagt optional noch weiße Farbe ich finde nämlich auch wenn das Fenster vom Toilettenbereich weiß hinterlegt ist und man nicht direkt reingucken kann kann ich mir gut vorstellen dass dennoch ein schwarzes Kabel sichtbar ist so als dunkler Schatten der dann eben am Fenster entlang geht eventuell falls nach vorne rutschen sollte oder dass man überhaupt was sieht deswegen habe ich weiße Kabel behoben werden könnte also wer das ganz gerne machen würde ich bin gespannt vielleicht sieht man trotzdem keinen Schatten aber ich denke man nicht so doll wie eben mit einem weiß bemalten Kabel gut dann werde ich mal eins löten machen das löten zeige ich jetzt nicht denn ich mache hier keinen löt kurs in dem sinn wie man richtig kabel erlötet dazu kann ich dann besser hantieren wenn ich eben die Arme frei habe und hier nicht eine Kamera direkt neben mir steht wie man nun sehen kann habe ich die Kabel angelötet das sieht so aus wie es sein soll war jetzt auch kein Problem auf der anderen Seite wie soll es anders sein trat wieder etwas auf was ich nicht vorhergesehen habe man sieht dass das Kabel hier sehr dünn ist und vielleicht erkennt man es auch dass hier oben oder beziehungsweise im Bodenbereich noch Kupfer zu sehen ist ja bevor ich das Ganze festklebe nehme ich das nochmal zur Seite und ziehe das mal eben in den Fokus wenn man sich erkennen kann ich mache mal eben eine Vergrößerung davon wir haben hier ein Stück Litze beziehungsweise die Umantelung liegen und kleine Einzeldrähte der Litze ja was ist passiert ich das heißt abisoliert da bin ich dann so vorgegangen wie ich es häufig mache so schneide das immer eben ab damit ich ein vernünftiges Ende habe mit einem Cutter Messer rolle ich leicht über den Draht beziehungsweise über die Litze über die Ummantelung drücke ganz leicht und ziehe mir das Ganze dann frei im Cutter bin ich besser und kann das besser steuern vom Druck her als ein Abisolierer so da haben wir es eine Litze habe ich jetzt freigezogen liegt aber daran dass das andere Ende eben nirgendwo festgelötet ist und sich die einzelnen kleinen Drähte der Litze dann eben in der Ummantelung eben auch noch bewegen wenn es unten angelötet wäre dürfte nichts passieren ich isoliere also ab und das erste was mir entgegen kam waren ganz viele kleine Drähte und plötzlich zog sich auch noch die Ummantelung nach oben ja jetzt habe ich zuerst überlegt ob es mein Fehler war und wie sowas passieren kann sowas kann passieren wenn ich nehme mal das Kabel kurz gucken im Fokus ja hier unten war der Zapfen angelötet den man in das Drehgestell steckt wenn jetzt vom Werk aus die Isolierung zu sehr durchgeschnitten wurde dass schon die ersten Einzeldrähte mit erwischt wurden dann passiert sowas dass man die mit raus zieht die halbe halbiert von der Anzahl der einzelnen kleinen Drähte aus denen eine Litze besteht also ist vom Werk aus da ein bisschen zu viel Druck ausgeübt wurde bzw. nicht nur die Ummantelung durchtrennt der Litze sondern alte auch noch ein paar von den kleinen Drähten gleich mit gut ich habe es dann eingebaut ich habe es eben auch getestet es funktioniert dennoch das war mir wichtig dass ich das vorher schon mal checke ich habe den Wagen auf die Gleise gesetzt und mal das System eingeschaltet und es hat funktioniert gut es funktioniert jetzt kommt der nächste Schritt wir setzen die Platine vorsichtig oben ich muss noch kurz meine Arme frei legen das ist mein Fließpulli doch ein bisschen zu störend setze das Ganze jetzt ganz vorsichtig weil ja hinten bloß noch ein ganz kleines bisschen Litze dran ist beziehungsweise auch keine Entmantelung mehr dran ist und ich da so gesehen einen Draht habe der mehr so an ein Lackdraht erinnert und setze das jetzt erstmal in diese kleinen Vertiefungen und durch den Draht spannt das Ganze natürlich jetzt ein wenig gucke ob das alles passt mit den Drähten dann kann ich hier noch zur Seite drücken dahin so das würde hinhauen und auf der anderen Seite geht das auch kann das Ganze drauf setzen hier vorne schauen wir uns gleich mal an ist noch ein kleines Problem genau an der Stelle wo der Lötpunkt sitzt ist hier keine Einkerbung in der Wand das heißt die Platine wird dann noch so ein bisschen nach oben gebogen da hätte also auch eine kleine Aussparung sein müssen denn wenn man das Ganze so auslegt dass man in diese Wagen die Beleuchtungseinheit gibt es ja schon länger wenn man also in diese Wagen diese Beleuchtungseinheit einbauen möchte gehört hier eine kleine Vertiefung rein wo dann eben der Lötpunkt ist weil der trägt halt mal ein bisschen auf auch wenn man ganz wenig Lötzinn nutzt oder Verbindungsmittel ich weiß gar nicht wie das heißt heute Lötzilber dann wie gesagt liegt die Platine hinten nicht auf sondern wird halt so ein bisschen nach oben gedrückt stört aber jetzt nicht unbedingt hoffe ich zumindest ich lasse die noch mal eben da so ein bisschen drauf liegen jetzt nehme ich mir ein zum Beispiel mit dem Arme entwicklung ein einen kleinen Topf da ist schon ein bisschen alter Kleber drauf der ist aber schon trocken und nehme jetzt Moment so Herr Doktor bereits zum Appell so mein Topf da hin mein Kleber den ich jetzt schon lange nicht mehr aufgemacht habe geht aber noch und setze mir hier einen kleinen Tropfen na ist mittlerweile schon ah jetzt kommt er Mist jetzt kommt er jetzt kommt er nicht mehr soll da kommt er verdammt da verhunt ich mir jetzt den Mist ja jetzt habe ich hier sehr viel UV Kleber dann darf ich mir gleich wieder eine neue Tube bestellen super ja dann schnappe ich mir einen Q-Tip und knipse den ab das mache ich dann halt so dass er so spitz zu lauft man kann jetzt auch einen Zahnschaucher nehmen nur hier hat man ein bisschen mehr Fläche um dann eben den Kleber aufzunehmen jetzt habe ich hier schon zu viel Zeug auf dem Schreibtisch rumliegen setze eine Platine jetzt nochmal dahin wo sie hin soll nehme ein wenig von dieser zähflüssigen Masse eigentlich ist es doch ein bisschen flüssiger verteile es hier oben so ein bisschen auf den Platinen beziehungsweise auf den Zapfen da wo es fixiert werden soll zieht das ganze natürlich hier schön fäden und dann gebe ich dem ganzen ein wenig licht dem muss die zweite rücken ruhig mal ein bisschen mehr eine Seite und bei der anderen Seite natürlich das gleiche Spiel nochmal wieder ein bisschen Kleber aufnehmen richtig zäh geworden das Zeug drücken wir es da auch in die Rasterung rein von der Wand und streiche hier ein wenig von dem Kleber oder zieht Fäden dahin wo es dann eben fixiert werden soll und jetzt meine Lampe nicht angehen und auch hier wieder ein wenig belichten das Ganze und das Ganze hält und wenn es jetzt so fixiert ist da wenn ich jetzt im Vorfeld oder wenn ich jetzt später hätte die inner Richtung die Sitze einbauen wollen ist er natürlich nicht mehr gegangen und nur mit dem hin und weg kleber hat das wegen der spannung nicht gehalten ich zeige das eben noch mal vielleicht kann man es hier hinten erkennen mal mein Blasche vorgeholt das genau an dieser stelle wo die wand ist genau da drunter oder hier da ist der Lötpunkt der liegt jetzt genau auf der Wand auf das heißt also durch die Spannung allein hätte das mit dem hin und weg kleber von noch nicht hingehauen auf der anderen seite liegt es frei da auf der seite geht es wird man wahrscheinlich jetzt nicht so gut erkennen können auf der seite auf jeden fall geht es nicht da müssen wir entweder was wegfeilen oder eben von Werk aus wie es hätte sein sollen hätte da eine kleine Ausschauung sein müssen so jetzt belichte ich hier noch mal eben meinen meinen Becher ein bisschen werde ich nachher noch mal in meine Aushärtekammer stellen und auch das hier wo ich den Klebstoff aufgenommen habe das belichte ich auch immer noch mal weil es wirklich ein Teufelszeug ist also prinzipiell Resin allerdings ich habe es auch mit Klarsicht Klarsicht Resin mal probiert genauso zu kleben es hält nicht ganz so gut also das Zeug ist schon noch ein bisschen stabiler hat eine etwas andere Zusammensetzung scheinbar als normales 3D Druck Resin so schauen das ist jetzt eigentlich ja der ist gut so den kann ich jetzt ganz normal im Hausmüll entsorgen wenn der da irgendwo ist da ist er ein bisschen weit weggestellt den Mülleimer ja jetzt haben wir den Wagen soweit dass wir den auch wieder zusammenbauen können das Kabel hier an der Stelle kann ich jetzt noch mal ein bisschen halt rein reindrücken die Pinzette so ein bisschen von der Wand weg und auf der anderen Seite habe ich jetzt wirklich bloß noch dieses dünne Litzen etwas das formt sich da ganz gut rein das werde ich auch nicht weiter bemalen so jetzt kann ich jetzt noch meine Handschuhe wieder ausziehen hin fort und nehme mir jetzt noch mal mein Gehäuse vor dieses Gehäuse habe ich immer sehr sorgfältig behandelt ich habe jetzt nicht großartig rumgedrückt hier sind schon wieder die Fenster rausgerutscht mal eben wieder rein drücken was auch ein bisschen schlecht geht ich muss hier vorne so ein bisschen auf das Gehäuse dann drauf fassen um die Fenster halt richtig einzuklicken das wollen die immer noch nicht warum auch immer wollen jetzt die Fenster hier nicht in die Fensteröffnung gehen also ich mache jetzt nicht viel mit dem Wagen also ich drücke hier nur ein bisschen rum ich reibe nicht großartig wenn man jetzt die Wagen auch noch verwittert aussehen lassen möchte dann geht man auch mit anderen Mitteln noch dran ich habe es ja in dem anderen Beitrag gezeigt diese alte abgeschrammelte Kiste die ich immer so zum zum Probieren nehme oder auch andere Wagen die fasse ich so an und kann die so auf die Gleise setzen ohne dass das passiert ich kann jetzt hier auch drüber reiben ohne dass sich das Silber an den Rahmen ablöst diesen Wagen davon habt ihr das meiste gesehen wie ich den behandelt habe wie ich das Gehäuse abgenommen habe und es ist auf den Fenstern geht schon los dass sich das Gold also dieser Golddruck im Messington ablöst auf manchen Fensterrahmen ist er gar nicht mehr drauf auch das ist ein Produktionsfehler der nicht sein darf ich weiß nicht ob da jetzt vergessen wurde nochmal einen Schutzlack drüber zu ziehen oder die Seite genauso hier genauso schäckig hier das ist einfach scheiße ich kann es nicht anders sagen ich finde da keine schönen Worte ich kann da jetzt nicht auf welche negativ belasteten Superlative nehmen von wegen ist nicht so schön was ihr da gemacht habt nein das ist einfach absolute Scheiße die da in Verkauf ging und wir sprechen hier von Wagen die wirklich Fleischmannpreise haben aber absoluter Billig Scheiß sind von der von der Bedruckung her die Konstruktion dieser Fahrzeuge ist super gefällt mir immer noch mit der Inneneinrichtung mit den einzelnen Sitzen wenn sie richtig lackiert sind dann die die Trennwand die da drin ist alles super aber diese die Sache dass man die Wagen noch nicht mal anfassen kann dass man die noch nicht mal normal so auf die Gleise setzen muss sondern am besten mit Schutzhandschuhen aber selbst da würde es sich wahrscheinlich ablösen weil diese weißen Handschuhe die man sag mal für mit denen man Bücher anschaut und antike Bücher anschaut damit die keine Flecken bekommen selbst diese Handschuhe werden wahrscheinlich zu grob und würden dann durch die Struktur dann die ganze Sache ablösen ich weiß nicht jetzt muss ich jetzt erstmal hier diese Fenster wieder rein reingenibbeln ich weiß nicht warum die so spannend hier irgendwie drin sind so jetzt passiert aber das sieht einfach Mist aus das war anfangs so gut aus wie die Wagen aus der Packung kamen mit dem diesen Doppelrahmen habe ich bislang in N in der Qualität noch nicht gesehen gehabt aber von der Verarbeitung her von nee absolut schrottig na gut setzen wir das Gehäuse wieder drauf das geht ja so ganz einfach einfach wieder draufklicken schauen dass überall die Rastnasen drin sind das passt das passt da auch dann war eben die Kupplung wieder angebaut ah ich habe noch was vergessen ich kann jetzt noch auseinander nehmen weil ich eben noch was vergessen habe vor lauter überschwänglicher Freude habe ich einen Punkt nämlich ganz vergessen und zwar das Einkleben des Dachstreifens wir sehen hier in der Anleitung immer noch ein Gehäuse wie es noch zu Fleischlandzeiten war das waren die Dinger mit den angeklebsten Drehgestellen und so ein Gehäuse wurde auch genommen vom Kundenservice was rausgeschickt wurde was ich vorhin mal gezeigt habe ich glaube erst nicht ob ich das Bild gezeigt habe aber zumindest auch so ein Wagen wurde genommen wenn man bei diesem Wagen jetzt das Dach abnimmt und die diese Streifen einklebt und das Dach wieder aufsetzt man sieht hier ist es grün das heißt also das würde man gar nicht sehen man würde es an dieser einen Stelle würde dann der Metallstreifen durchleuchten also nehmt das Dach bloß nicht ab und klebt dann da den Streifen drauf sondern klebt den Streifen in das Gehäuse von unten hier rein was ich jetzt auch machen werde auf das hier das Gehäuse jetzt noch ein paar mal anfasse und noch mehr von der goldenen Farbe sich löst so ich werde den Wagen in einem warmen Farbton beleuchten also nehme ich jetzt auch den kupferfarbenen Streifen halt ich nehme mal kurz was anderes immer mal zurück es ist wirklich ein kleines Metallband was hier was hier in der Hand hat ich muss wirklich ziemlich dicht an die Kante gehen da hinein da hinein oh klebt super wow fühlt sich jetzt nicht unbedingt an wie 3M und suche mal das Kupferband hier so einigermaßen gerade in den Wagen zu kleben und drücke mir das jetzt mit dem Rakel da nehme ich jetzt auch meinen Bleistift für Oberseite und drücke das hier an so dürfte ausreichen man sieht sogar dann schon die Kontrollnummer durchblitzen so ins Bild halten so die Kontrollnummer ins Bild durchs Material blitzen so und jetzt kann ich den Wagen wieder aufsetzen das heißt den 1. Klasse schreifen natürlich darauf achten dass der da ist wo auch dann die blauen Sitze jetzt sind das heißt also so rum dann den Wagenkasten aufstülpt man sieht es ja auch dann da da sind die Abteile und die Lüfter müssen dann eben über den Abteilen liegen das sind jetzt auch diese flachen 1. Klasse Lüfter warum auch immer gut aber vielleicht gab es ja Wagen wo verschiedene Lüfter eben verbaut waren so das haben wir gemacht dann knall ich jetzt nur erstmal die Standard N-Kupplung wieder drunter das fehlt ja auch noch einmal zweimal drücken dass auch alle Rastnasen jetzt drin sitzen sieht gut aus wenn der Wagen vom Wagenkasten her von den Fenstern her jetzt ziemlich bescheiden aussieht wie aus dem Musterraum von Fleischmann damals hatte ich mich auch ein paar Wagen mal gekauft als die dann feilgeboten wurden als Fleischmann in Nürnberg dann aufgelöst wurde und da in der Musterkammer waren da kamen so ein paar Sachen her wo sich nämlich auch dann die Farbe abgelöst hat dafür waren es ja Muster ich weiß nicht was die mit los ist aber ich werde nachher noch mal was dazu sagen wir schauen uns jetzt den Wagen erstmal auf den Schienen an ja man sieht momentan nicht allzu viel ich hoffe ich treffe den Wagen jetzt ja ab und zu leuchtet er ich weiß nicht warum er momentan nicht so gut Kontakt bekommt ah da leuchtet was ich muss mal eben die Kamera ein bisschen drehen und ich lasse jetzt erstmal ein bisschen den Kondensator laden also es funktioniert aber so richtig irgendwie nicht denn das Ganze soll ja flackerfrei sein das heißt dieser Kondensator soll das Ganze dann ausgleichen wenn der Zug über Steckenabstinze fährt beziehungsweise etwas ja da geht das schon wieder aus ich habe eine Leicht geschoben und irgendwie haut da noch nicht so richtig was hin also zufriedenstellend ist das ganze System hier nicht das ist noch genauso wie damals so ein bisschen wackeln dann geht es also im Standbetrieb ja sieht es soweit gut aus auch mit den Sitzen sieht jetzt gut aus ich nehme mal eben die Kamera vom Stativ runter und versuche da mal ein bisschen ranzugehen ich muss erstmal wieder ein bisschen rauszoomen wenn Zoom drin ist dann ist das alles ein bisschen schlecht so na von in der Einrichtung her ein bisschen kann man auch auch dann die die grauen Böden sehen obwohl die eigentlich tiefer liegen aber das habe ich ja schon gesagt materialbedingt geht das ja nicht und da haben wir dann den erster Klasse Bereich und das Kabel sieht man jetzt da durchs Toilettenfenster nicht unbedingt mal kurz zur anderen Seite da sieht man auch keinen Schatten wird jetzt momentan ein bisschen unscharf sein weil die Kamera nicht weiß auf was ich da einstellen soll ja und da habe ich den Boden ja auch ein bisschen angemalt eingefärbt im Einstiegsbereich das geht also wenn die Beleuchtung durchleuchten würde würde es soweit ganz gut aussehen aber der Aufwand von dem Ganzen soll ich gehen mal eben wieder zurück auf das Stativ Stativ da bleibt mir schon die Stimme weg ja ich habe mir vorhin den Hals rausgeschrien hier nein so schlimm war es nicht so schlimm war es wirklich nicht da müssen wir ranzoomen scharf stellen ist natürlich jetzt so eine Sache im Dunkeln schauen wir mal an wie das Ganze ich mache hier hinten die Schreibtischbeleuchtung an so ja ein bisschen was sieht man immer noch von der Beleuchtung jetzt sieht man auch wieder eine gewisse Scharfstellung aber es ist dennoch so dass der Wagen so weiter ein bisschen also ich finde der Kondensator bringt jetzt irgendwie nicht so viel da um was zu machen oder ich müsste den zweiten Kondensator noch einbauen aber wenn der Zug jetzt über die Strecke fahren würde wäre trotzdem noch eine gewisse Flackerei dann da müssen wir hinten ein bisschen hinfahren nö da flackert es auch nicht so richtig also so richtig die Wurst in Dosen naja ist es halt auch nicht ja probiert es vielleicht funktioniert es bei euch besser aber ich finde den Aufwand beim Einbau der Beleuchtung bei den Wagen bei dieser Preisklasse ist definitiv nein sorry das passt nicht zusammen ich habe das Beispiel im Beitrag davor gezeigt gehabt Minitricks verfolgt das gleiche System seit 40 Jahren und man setzt die wie gesagt man steckt die Sache nimmt das Dach ab steckt die Platine drauf packt die Schleifer unter und die Sache ist gegessen innerhalb von ein paar Minuten und hier bastelt man dann wirklich eine ganze Zeit rum und vor allem wer nicht geübt ist ich sag dem Wagen wir als Bild fahren dann ist es nicht ganz so langweilig vielleicht auch mal wir versuchen ein Gesicht anzubekommen vielleicht wieder nochmal nö auch nicht okay ja wer jetzt nicht so geübt ist der da sehe ich also keine Chancen dass die dann oder dass so eine Person dann mal irgendwie zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt nee geht nicht ich finde nein geht gar nicht und vor allem mit diesen ganzen Mankos die die Wagen haben die sollten meiner Meinung nach eine Rückrufaktion machen wie es bei manchen anderen Elektrogeräten ist wie es bei Autos ist wir haben jetzt zwar keine lebensgefährliche gefährdende Situation wahrscheinlich ist das der Punkt worauf sich sowas dann immer bezieht Rückrufaktionen beziehen sich ja meistens dann oder rundlegend muss ich jetzt die Frage stellen grundlegend darauf wenn eine Gefährdung des Benutzers da ist aber ja hier ist auf jeden Fall finde ich eine mentale mentale Belastung auf jeden Fall vorhanden vor allem wenn man die Wagen wie gesagt anfasst und sich dann sofort auch die Farbe löst dass die falschen Dächer verbaut sind dass die Innenrichtung falsch eingefärbt ist alles sicherlich keine Sache wo man drüber hinwegsehen kann wenn die Wagen günstiger wären aber gerade das Abfärben von den von den Fenstern achso die Löcher die man noch nachbohren muss in den Drehgestellen auch nicht wirklich schön aber das ist finde ich immer noch das kleinste Übel an dem ganzen großen Übel was jetzt hier so als Paket eben bei diesen Wagen dann auch zusammengekommen ist aber am meisten ärgert mich wirklich das mit den Fenstern dass sich da jetzt die Farbe ablöst dass die wirklich aussehen als wenn die schon rottig irgendwie seit zig Jahren seit 40 Jahren oder so nach einer Kiste rum oxidiert haben und nur angepatscht wurden und womit Lösungsmittel angegangen wurde also ich kann nur sagen ich habe mir jedes Mal die Pfoten entfettet also Hände gewaschen mit Seife ganz normal habe hier schon mit anderen Wagen rumhantiert habe wie gesagt den einen den ich vorhin noch mal gezeigt habe da habe ich drauf umgewischt da habe ich Farbe drauf gepatscht die habe ich dann teilweise wieder verwischt die habe ich dann runtergewischt und mit Wasser drüber und nochmal um halt so ein paar Wässerung Techniken halt auszuprobieren da passiert nichts ja da passiert nichts und die Wagen die holt man aus der Packung und verhunzt sie allein fast schon durchs Angucken fällt die Farbe runter und das geht nicht und bevor ich mich jetzt noch weiter echauffiere und noch weiter abgehe bedanke ich mich erstmal wieder vielmals fürs Reinschalten fürs Dabeisein ja und es würde mich trotz diesem Desaster natürlich freuen wenn auch beim nächsten Mal wieder mit am Startseite bis dann und ciao vor beinhaltet durchs Dabeisein 4 30 40 45 40 0 45 46 46 46